Hey Lisa, die anderen und ich haben uns überlegt, dass wir Mitte August gerne gemeinsam fünf Tage nach Italien fahren wollen. Willst du mitkommen? Mitte August? Hm, Zeit habe ich schon, nur bin ich mir nicht sicher, ob sich das bei mir alles ausgeht. Ich will mir ein neues Auto kaufen und sollte deshalb eigentlich dafür sparen. Ach komm schon, es ist doch gar nicht so teuer. Wir haben eine super Unterkunft gefunden, die inklusive Frühstück nur 270 Euro kostet. Okay, lass mich mal nachschauen. Hm, also ich denke, 620 könnte ich ausgeben. Geht sich das aus? Ich denke, wenn du dir das restliche Geld pro Tag gut einteilst, sollte das schon gut passen. Und wie viel darf ich denn dann maximal pro Tag ausgeben? Auf den ersten Blick sieht es vielleicht so aus, als ob du dieses Problem mithilfe einer Gleichung lösen kannst. Aber, da man ja herausfinden möchte, wie viel man maximal ausgeben darf, gibt es mehr als eine gültige Lösung. Aus diesem Grund verwendet man eine Ungleichung. Aber was sind jetzt Ungleichungen und warum beschäftigen wir uns im Kapitel der Gleichungen mit ihnen? Ungleichungen sind im Prinzip wie Gleichungen aufgebaut. Es gibt also eine rechte und eine linke Seite. Jedoch steht in der Mitte anstelle des Gleichheitszeichens ein sogenanntes Vergleichszeichen. Also entweder das kleiner, kleiner gleich, größer oder das größer Gleichzeichen. Mit Ungleichungen werden also Größenvergleiche durchgeführt. Sehen wir uns das anhand eines Beispieles an. Du möchtest eine Zahl finden, sodass die Ungleichung 3x-1 größer 2 wahr ist. Welche Zahl kann man für x einsetzen, sodass man eine wahre Aussage erhält? Beispielsweise kann ich für x 100 einsetzen. Die Rechnung sieht dann wie folgt aus. 3x100-1 größer 2 300-1 größer 2 ergibt 299 größer 2 Das ist eine wahre Aussage. Probieren wir es noch einmal mit einer kleineren Zahl, wie zum Beispiel 5. 3x5-1 größer 2 15-1 größer 2 ergibt 14 größer 2 Auch das ist eine wahre Aussage. Wir sehen also, es gibt mehr als eine Lösung. Wir möchten nun die gesamte mögliche Lösungsmenge der Ungleichung angeben. Dazu gehen wir wie beim Lösen einer Gleichung vor und bringen x durch Äquivalenzumformungen alleine auf eine Seite. Da aber hier kein Ist-Gleich, sondern ein Vergleichszeichen in der Mitte steht, muss man einige zusätzliche Regeln beachten. Die erste Regel lautet, addiert oder subtrahiert man beide Seiten der Ungleichung mit derselben Zahl, ändert sich das Vergleichszeichen nicht. Wenn wir also wieder das vorherige Beispiel betrachten, 3x-1 größer 2, bringen wir zuerst das Minus 1 mit Hilfe einer Addition auf die rechte Seite und erhalten 3x größer 3. Die zweite Regel, die man beachten muss, lautet, multipliziert oder dividiert man beide Seiten der Ungleichung mit einer positiven Zahl, ändert sich das Vergleichszeichen ebenfalls nicht. Im Beispiel müssen wir jetzt auf beiden Seiten durch 3 dividieren. 3x größer 3, beide Seiten dividiert durch 3, ergibt x größer 1. Da 3 eine positive Zahl ist, ändert sich das Vergleichszeichen auch bei dieser Umformung nicht. Die ersten beiden Regeln sind logisch und klar. Interessant wird es erst, wenn man beide Seiten einer Ungleichung mit einer negativen Zahl multiplizieren oder durch eine negative Zahl dividieren muss. Als Beispiel verwenden wir hierfür eine wahre Aussage. 3 kleiner 5 Wir multiplizieren beide Seiten mit der negativen Zahl Minus 1. Als Ergebnis erhalten wir Minus 3 kleiner Minus 5. Das ist jetzt aber eine falsche Aussage. Sehen wir uns dieses Beispiel mit Hilfe von Zahlengeraden an. Wir zeichnen also zwei Zahlengeraden und markieren auf der ersten die Zahl 3 und 5. Hier ist klar, dass 3 kleiner als 5 ist, da 3 links von 5 steht. Man könnte auch sagen, 5 ist größer als 3. Auf der zweiten Zahlengerade markieren wir nun die negativen Zahlen Minus 3 und Minus 5. Wir lesen ab, dass Minus 5 kleiner ist als Minus 3, beziehungsweise Minus 3 größer ist als Minus 5. Um also eine richtige Aussage zu erhalten, müssen wir das Vergleichszeichen umdrehen. Wir merken uns also, wenn man mit einer negativen Zahl multipliziert oder durch eine negative Zahl dividiert, dreht sich das Vergleichszeichen um. Zusätzlich zu den drei vorgestellten Rechenträgeln gibt es hier noch etwas, was man beachten muss. Die sogenannten Fallunterscheidungen. Diese treten beispielsweise bei Ungleichungen mit Brüchen oder Beträgen auf. Sehen wir uns als erstes Beispiel eine Ungleichung mit einem Bruch an. 2x-5 durch x-3 kleiner 1. Da man nie durch 0 teilen darf, müssen wir uns überlegen, welche Zahlen wir als Lösung ausschließen müssen. Betrachten wir zuerst den Nenner. x-3 darf nicht 0 ergeben. Aus diesem Grund kommen für die Lösung zwei Fälle in Frage. Fall 1, x-3 größer 0, beziehungsweise x größer 3. Oder Fall 2, x-3 kleiner 0, beziehungsweise x kleiner 3. Wir lösen also die Ungleichung für beide Fälle gesondert. Im ersten Fall muss x größer 3 gelten. Zu Beginn multiplizieren wir mit dem Nenner. Da x ja größer 3 ist, ist der Nenner x-3 sicher positiv. Damit ändert sich das Vergleichszeichen nicht. Im nächsten Schritt bringen wir das x alleine auf eine Seite. Rechnen also zuerst auf beiden Seiten, minus x und dann plus 5. Als Lösung der Ungleichung erhalten wir dann x kleiner 2. Da wir aber vorausgesetzt haben, dass x größer 3 ist, führt dies zu einem Widerspruch. Die Ungleichung hat in diesem Fall also keine Lösung. Das heißt, die Lösungsmenge ist in diesem Fall die leere Menge. Im zweiten Fall muss x kleiner 3 gelten. Wenn x kleiner 3 ist, ist der Nenner x-3 sicher eine negative Zahl. Daher dreht sich das Vergleichszeichen um, wenn man beide Seiten der Ungleichung mit dem Nenner multipliziert. Wieder formen wir es so um, dass x am Ende alleine auf einer Seite steht. Wir erhalten x größer 2. Da wir vorausgesetzt haben, dass x kleiner 3 ist, befindet sich unsere Lösung zwischen den Zahlen 2 und 3. Die Lösungsmenge der Ungleichung lässt sich also folgendermaßen anschreiben. L ist gleich in geschwungener Klammer x-elementarellen Zahlen, wobei 2 kleiner x kleiner 3 ist. Für die Lösungsmenge verwendet man ein großes L mit Doppelstrich. Man kann die Lösungsmenge von Ungleichungen beispielsweise mit Hilfe einer Zahlengeraden grafisch darstellen. Hier gibt es eine Unterscheidung zwischen kleiner und kleiner gleich, beziehungsweise größer und größer gleich. Die Randpunkte werden, je nachdem, ob sie in der Lösungsmenge enthalten sind oder nicht, entweder durch einen vollen oder einen leeren Kreis dargestellt. Wir betrachten dazu zwei Beispiele. Für x größer gleich minus 1 ist minus 1 Teil der Lösungsmenge und wird daher mit einem vollen Kreis markiert. Für x größer minus 1 ist minus 1 nicht Teil der Lösungsmenge und wird daher mit einem leeren Kreis markiert. Wie bereits erwähnt, benötigt man die Fallunterscheidung auch bei Ungleichungen mit Beträgen. Aber was war noch einmal schnell ein Betrag? Ein Betrag wird in Betragsstrichen geschrieben und bezeichnet den Abstand einer Zahl vom Nullpunkt. Sehen wir uns das wieder anhand einer Zahlengeraden an. Als Beispiel verwenden wir die Zahlen 3 und minus 3. Wenn wir uns die beiden Zahlen genauer ansehen, erkennen wir, dass der Abstand zum Nullpunkt für beide Zahlen gleich groß ist. Es ist also egal, ob wir es mit einer positiven oder negativen Zahl zu tun haben. Allgemein gilt. Der Betrag von x ist x für x größer gleich 0 und der Betrag von x ist minus x für x kleiner 0. Vor allem die letzte Aussage klingt am Anfang vielleicht ein bisschen komisch, deshalb probieren wir das gleich einmal aus. Der Betrag von minus 3 ist minus minus 3 ist gleich minus 1 mal minus 3 ist 3. Das Minus in der Formel hebt also das negative Vorzeichen von minus 3 auf, sodass letztlich die positive Zahl 3 herauskommt. Sehen wir uns das anhand eines Beispiels an. Betrag von x minus 5 ist kleiner 3. Wir müssen also eine Fallunterscheidung für den Betrag vornehmen. Im ersten Fall ist das, was im Betrag steht, positiv. Im zweiten Fall negativ. Das heißt, im ersten Fall ist x minus 5 größer gleich 0, beziehungsweise x größer gleich 5. Und im zweiten Fall ist x minus 5 kleiner 0, beziehungsweise x kleiner 5. Wiederum lösen wir die Betragsungleichung für beide Fälle gesondert. Zuallererst lösen wir den Betrag auf. Im ersten Fall ergibt dies x minus 5 und laut Annahme ist x größer gleich 5. Addiert man auf beiden Seiten 5, erhält man x kleiner 8. Damit ist die Lösungsmenge im ersten Fall L gleich Klammer auf x elementariellen Zahlen, wobei 5 kleiner gleich x kleiner 8 ist. Im zweiten Fall erhält man bei Auflösung des Betrages minus in Klammer x minus 5, mit der Bedingung, dass x kleiner 5 ist. Damit lautet die Ungleichung minus in Klammer x minus 5 kleiner 3, beziehungsweise durch Auflösen der Klammer minus x plus 5 kleiner 3. Wir subtrahieren wieder 5 auf beiden Seiten und erhalten minus x kleiner minus 2. Nun multiplizieren wir beide Seiten mit minus 1, damit dreht sich das Vergleichszeichen um und wir erhalten x größer 2. Damit ist die Lösungsmenge im zweiten Fall L ist gleich Klammer auf x elementariellen Zahlen, wobei 2 kleiner x kleiner 5 ist. Um die gesamte Lösungsmenge der Betragsumgleichung zu erhalten, muss man beide Lösungsmengen der Fälle 1 und 2 vereinigen. Sehen wir uns dazu wieder die Lösungsmengen auf der Zahlengeraden an. Im Fall 1 erkennt man, dass das Ergebnis zwischen 5 und 8 liegen sollte. Im Fall 2 zwischen 2 und 5 und mit beiden Ergebnissen zusammengefasst, ergibt es einen Ergebnisbereich von 2 bis 8. Die Lösungsmenge der Betragsumgleichung lautet also L-Gesamt ist gleich L von Fall 1 und L von Fall 2. L ist also gleich in Klammer x-elementariellen Zahlen von 5 kleiner gleich x kleiner 8 zusammen mit x-elementariellen Zahlen von 2 kleiner x kleiner 5. Zusammengefasst ergibt es L gleich Klammer auf x-elementariellen Zahlen, wobei 2 kleiner x kleiner 8 ist. Jetzt aber wieder zurück zu unserem Beispiel vom Anfang. Wir wollen ja schließlich wissen, wie viel Lisa im Urlaub pro Tag maximal ausgeben darf. Für diesen unbekannten Betrag verwenden wir die Variable x. Da sie 5 Tage unterwegs sein wird, rechnen wir 5 mal x. 270 Euro hat sie bereits für die Unterkunft verplant und ihr maximales Budget beträgt 620 Euro. Die Gesamtausgaben von Lisa betragen 5x plus 270 und dürfen maximal 620 Euro ausmachen. Unsere Ungleichung lautet also 5x plus 270 ist kleiner gleich 620. Zum Lösen der Ungleichung wenden wir unsere eben gelernten Regeln an. Zuerst subtrahieren wir auf beiden Seiten 270. Jetzt müssen wir noch durch 5 dividieren, damit wir den Tagessatz erhalten. Lisa darf also maximal 70 Euro pro Tag ausgeben. 10 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 Euro pro Tag ausgeben. Vielen Dank.